Guten Tag, mein Name ist Volkmar Müller und ich bin Onkologe spezialisiert auf Brustkrebs. In diesem Video stelle ich Ihnen die EPIC B5-Studie vor, die sich mit der Sicherheit und Wirksamkeit von Alpelisib und Fulvestrant befasst. Am Ende des Videos finden Sie einen QR-Code, der Sie direkt zur Studie führt. Diese klinische Studie richtet sich an Männer oder postmenopausale Frauen mit hormonrezeptorpositivem HER2-negativen fortgeschrittenem Brustkrebs, der eine bestimmte Mutation aufweist, nämlich des PIK-3CA-Gens. Die Studie zielt darauf ab, die Wirksamkeit und Sicherheit von Alpelisib in Kombination mit Fulvestrant im Vergleich zu Placebo plus Fulvestrant bei dieser spezifischen Patientengruppe zu untersuchen. Das primäre Ziel ist es, festzustellen, ob Menschen, die mit Alpelisib plus Fulvestrant behandelt werden, länger ohne Fortschreiten ihrer Krebserkrankung leben als Patienten der Kontrollgruppe. Zu den sekundären Endpunkten zählen das Gesamtüberleben und die Gesamtansprechrate, also die Dauer, während der eine Wirkung beobachtet werden kann. Die PatientInnen müssen 18 Jahre oder älter sein und einen bestätigten hormonrezeptorpositiven HER2-negativen fortgeschrittenen Brustkrebs mit einer PIK-3CA-Mutation haben. Der Krebs muss während oder nach einer Behandlung mit einem Aromatasehämmer und einem CDK4-6-Inhibitor fortgeschritten bzw. zurückgekehrt sein. Zudem sollten sie nicht mehr als zwei vorherige systemische Behandlungslinien der metastasierten Erkrankung erhalten haben. Zu den wichtigsten Ausschlusskriterien gehören symptomatische Erkrankungen der inneren Organe sowie eine vorherige Behandlung mit Fulvestrant oder bestimmten anderen zielgerichteten Therapien. Zu den möglichen Nebenwirkungen gehören unter anderem Übelkeit, Durchfall und Blutarmut sowie Harnwegsinfektionen und Thrombosen. Alpelisib ist eine gezielte Therapie, die den PI3K-Signalweg hemmt, der bei diesen Krebsarten häufig überaktiviert ist. Die Kombination mit Fulvestrant, einer Antihormontherapie, könnte für die PatientInnen eine neue Therapieoption bieten. Der Studien-Scout. Studien verstehen an Chancen nutzen. Noch mehr Studienwissen erhältst du auf patientstoday.de und unseren Social Media Kanälen.